Herr Pech, als der US-Präsident Barack Obama vor einigen Tagen vor den Vereinten Nationen über die Situation an der türkisch-syrischen Grenze gesprochen hat, da hat er von dem Kampf gegen das Böse geredet. Das ist jetzt kein rechtliches Kriterium. Wie sieht denn die Situation im Moment völkerrechtlich aus? Wie sind die Angriffe auf Stellung des IS in Syrien zu bewerten? Er hat sich im Grunde etwas spät jetzt aus seiner Reserve gewagt, denn er kennt ISIS und jetzt IS schon seit langem. Denn diese Organisation ist ja nicht erst seit gestern, sondern die ist seit einigen Jahren sich rekrutierend aus alten Kämpfern des Saddam-Regimes, aber auch von Kämpfern aus Afghanistan, aus dem Irak. Viele Ausländer sind dabei, aber auch sehr viele Türken. Das heißt, das ist eine Organisation, die er durchaus gekannt hat und deren Gefährlichkeit er wohl auch sehr genau gekannt hat. Wenn er jetzt sagt, jetzt müssen wir etwas machen, so sind ihnen die offensichtlich aus dem Ruder gelaufen. Das kommt ja öfters vor. Das ist bei den Mujahideen gewesen, das ist bei den Taliban, aber auch bei Al-Qaida, die alle von ihnen finanziert worden sind, ja ebenfalls gewesen. Jetzt hat er sich sozusagen aus dem Irak herausbewegt und auch Syrien bombardiert. Im Irak war das kein Problem, denn da war er von der Regierung in Bagdad, wie aber auch von der Regierung in Erbil gefragt worden. Er hatte sozusagen ein astreines, auch völkerrechtliches Mandat. In Syrien ist das anders. Er kann sich nicht auf Selbstverteidigung berufen, denn IS hat nun wirklich nicht USA irgendwo angegriffen. Es gibt kein Mandat. Das hat er bisher nicht nachgesucht. Ich weiß nicht, wie die Diskussionen mit den Russen und mit den Chinesen gelaufen sind. Er beruft sich jetzt auf so etwas wie eine kollektive Selbstverteidigung, eine Hilfe für Syrien. Gleichzeitig hat er deutlich gesagt, nein, ich werde mit Assad nicht reden. Das klingt so etwas nach unseren Standards wie eine Geschäftsführung ohne Auftrag. Es ist im Grunde eine Intervention ohne ein völkerrechtliches Mandat und damit völkerrechtswidrig. Vor diesem Hintergrund gibt es auch Konflikte zwischen Washington und Ankara. Dabei geht es um die Unterstützung der Türkei für den IS. Die New York Times hat mehrfach über diese Unterstützung berichtet, ist deswegen von türkischer Seite attackiert worden von Regierungsvertretern und Medien. Wie ist die Rolle der Türkei zu bewerten? Ich frage das auch, weil Sie ja gerade zehn Tage in der Region waren. Ja, außerordentlich zwielichtig und doppelbödig. Auf der einen Seite prahlt sie mit Flüchtlingen, die sie aufgenommen haben und redet von 150.000, die real, also nur ein Zehntel sind. Das sind viel zu viele, aber es sind nur 15.000 und sie wehrt sich auch dagegen und hat die Grenze gegenüber den Kurden sehr stark geschlossen. Auf der anderen Seite wissen wir, und das ist also auch in der internationalen Presse immer wieder betont worden, sie haben und tun es auch immer noch eine reale Unterstützung für den IS. Und zwar nicht nur mit Waffen und Munition, sondern auch mit Logistik bis hin zur Versorgung von Verwundeten in eigenen Hospitälern. Auf der anderen Seite überlegen sie jetzt, dort auch zu intervenieren. Und dieses ist etwas, was von großer Schwierigkeit und großer Bedeutung ist. Denn für die Türken ist ihr Motiv, dort zu intervenieren, nicht etwa die Hilfe für die Kurden, sondern sie auch unter Kontrolle zu halten. Denn sie haben ein eigenes Problem mit ihren Kurden in Südostanatolien, welches sie nicht lösen. Und jetzt entsteht ihnen dort eine Region mit einer alternativen, sehr demokratischen Gesellschaftsform, ein Projekt, was ihnen sehr unangenehm ist, weil es ausstrahlen könnte auf ihre Region. Und wenn sie diese Region mittel einer Pufferzone unter ihre Herrschaft bekommen, dann ist mit diesem Projekt auch nicht mehr viel übrig. Und das ist offensichtlich ihr Ziel. Herr Pell, sprechen wir kurz noch über die deutsche Politik. Die Bundesregierung hat sich entschieden, Waffen an die Peschmerga zu liefern, also einen Teil der kurdischen Bewegung in dieser Region. Wie bewerten Sie denn diesen Schritt? Ist es nicht tatsächlich, diese Frage wird ja immer wieder gestellt, notwendig in dieser brenzligen Situation, angesichts dieses immensen militärischen Drucks der IS-Terroristen, hier auch die gegnerischen Kräfte aufzurüsten? Wenn es denn die gegnerischen Kräfte schon wären. Dieses ist meines Erachtens von der Bundesrepublik einfach nur Symbolpolitik. Sie wollen sich innerhalb der Koalition nicht schon wieder, wie seinerzeit 2003 im Irak, an die Seite stellen lassen. In der Region, in der sie Waffen liefern, sind die gar nicht notwendig. Denn es sind nicht die Peschmerga von Barzani, die im Augenblick den Hauptkampf gegen ISIS führen, sondern das sind die Kurden im Norden Syriens und die PKK. Und von denen habe ich nicht gehört, dass die unterstützt werden. Der Kern, das Zentrum des IS ist im Augenblick in Raqqa. Das ist im Norden Syriens. Dort, von dort aus gehen die Kämpfe und dort auch die große Bedrohung der Kurden. Was die deutsche Regierung machen könnte, sie sollte Druck auf die Türkei ausüben, ihre Unterstützung für IS aufzugeben, die Grenzen für die Kurden wirklich zu öffnen und gleichzeitig das Embargo, welches die Kurden im Norden Syriens einschnürt, und zwar von Türkei wie auch vom Irak aus, aufzuheben. Das wäre wichtig. Und letzten Endes sollten sie ein weiteres tun, nämlich die PKK aus der Terrorliste heraus befördern, damit sie mit ihr auch verhandeln können. Das tun sie im Augenblick nicht. Sie verweigern jede Unterstützung, jeden Kontakt zu ihnen, einfach mit der Schutzbehauptung, das sind ja Terroristen. Diese ist eine Selbstblockade ihrer Politik, die wirklich in dieser Situation mehr als hinderlich ist.